Auf in die zweite Runde! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und die Anmeldung für das zweite Smash-Turnier auf meinem Kanal startet genau jetzt, wenn ihr das Video seht. Ihr könnt euch direkt anmelden, einfach in die Kommentare schreiben, dass ihr mitmachen wollt oder ihr schreibt mich persönlich an, dass ihr mitmachen wollt. Ich suche entweder 8 oder 16 Spieler, je nachdem wie viel wir zusammen kriegen. 16 wäre für mich optimal, finde ich persönlich, dann werden wir ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Mal schauen. Das Turnier wäre am 18. Oktober, würde um 15 Uhr wahrscheinlich starten. Wenn die Uhrzeit sich kurzfristig ändert, werde ich das auf jeden Fall nochmal bekannt geben. Es kann auch immer was dazwischen kommen, Internetausfall, Stromausfall, keine Ahnung, ich fall die Treppe runter und breche mit den Armen oder so. Ihr müsst immer damit rechnen, dass vielleicht irgendwelche Verschiebungen kommen in den Terminen, da müsst ihr immer mit rechnen. Also, wenn sich da was ändert, nehmt es mir bitte nicht übel, dann hat das auch seinen Grund. Ok, also wenn ich wirklich Treppe runter falle und mir in den Arm breche, dann ist das glaube ich Grund genug, das zu mir etwas zu verschieben. Gut, ok, Spaß beiseite. Ich wollte nur gesagt haben, nagelt mich bitte nicht auf den Termin fest, wenn es am Ende nicht ganz hinhaut. So, ok, kommen wir zu den Teilnahmebedingungen. Teilnahmebedingungen sind folgende. Also, erstens, ihr braucht das Spiel, ne Switch und ne Nintendo Online Mitgliedschaft. Soweit sollte klar sein. Anders könnt ihr das ja nicht mitmachen, das tun wir. Ihr könnt das nicht lokal mitmachen auf meiner Switch. Das wäre sehr merkwürdig, wenn sich hier 16 Leute in dem Zimmer hier reinzwängen. Das wäre äußerst merkwürdig. Wäre lustig, aber nein, das können wir nicht machen. Das wäre auch wirklich lustig. Aber nein, das können wir nicht machen. So. Gut. Ihr braucht folgendes. Ihr braucht einen YouTube Account und einen Twitch Account. Ihr werdet nämlich sowohl bei mir im Live-Chat schreiben müssen, können, was auch immer, als auch bei Michaels im Live-Chat. Wir werden nämlich gleichzeitig die Kämpfe austragen und diverse Dinge würde ich im Live-Chat besprechen, weil A, kann dann der Streamer mitlesen und weiß, was da passiert. B, ich kann dafür garantieren, dass beide Spieler die gleiche Möglichkeit haben zu chatten. Also, beide können über YouTube chatten oder über Twitch. Also, es muss keiner bei Discord angemeldet sein oder bei, keine Ahnung was, Steam oder keine Ahnung, wo ihr miteinander reden wollt. Oder Twitter oder keine Ahnung. Nein, wir machen das dann über den Live-Chat. Das ist angenehmer. Und ich habe auch nicht so viele Zuschauer, dass das jetzt irgendwie zu lästig wird. Gut. Also, die Spieler können sich dann darüber unterhalten, über den Live-Chat. Die Spiele werden, wie gesagt, live sowohl bei Michaels als auch bei mir ausgetragen. Gleichzeitig nach Möglichkeit, damit wir die Kämpfe relativ schnell durchkriegen. Natürlich in einem angenehmen Tempo, aber so können wir immer zwei gleichzeitig machen. Und dann geht das alles ein bisschen zügiger voran, als wenn nur ich die Kämpfe streame. Ihr könnt euch dadurch auch immer die Kämpfe angucken, die euch gefallen. Ihr könnt zum Beispiel bei Michaels mal reingucken. Und wenn dort jetzt ein Kumpel von euch kämpft, dann guckt bei Michaels. Und wenn jetzt ein Kumpel von euch bei mir kämpft, dann guckt ihr bei mir etc. pp. So könnt ihr immer den Kampf sehen, den ihr jetzt sehen wollt. Wenn beide gleichzeitig interessante Kämpfe sind, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ihr könnt bei mir auf jeden Fall immer die Aufzeichnung angucken im Nachhinein. Gut. Kommen wir zu den Regeln. Es gibt natürlich auch Regeln. Das sollte klar sein. Kämpfer sind alle erlaubt, außer Steve und Alex. Und nein, der Zombie und Enderman sind auch nicht erlaubt. Aber der Charakter heißt Steve und Alex und Steve und Alex sind nicht erlaubt. Ich hoffe, dass das soweit klar ist und verständlich für euch. Der Charakter kommt einfach zu spät raus. Der kommt am 14. Oktober erst raus. Das sind vier Tage vor dem Turnier. Und das fände ich ein bisschen unfair, den Charakter reinzunehmen. Weil in vier Tagen ist einfach zu viel möglich. Also da kann einfach alles passieren. Einer kennt den Charakter vielleicht noch nicht, weil er in den vier Tagen nicht wirklich Zeit hatte zu spielen. Oder vor allem online, weil man den Charakter nicht gekauft hat, müsste man ja auch online spielen, um gegen den Charakter spielen zu können. Es ist alles ein bisschen, ja, nicht so schön. Also vier Tage ist zu knapp. Wenn er jetzt morgen rausgekommen wäre zum Montag, hätte ich gesagt, ja, okay, gut, das können wir nicht machen. Aber nein, vier Tage vorher ist mir zu knapp. Minmin ist drin. Minmin war lange genug online verfügbar. Konnte man trainieren auf jeden Fall. Und ist neu hinzugekommen im Vergleich zum letzten Turnier. Und ansonsten sind alle Charakter erlaubt. Alle, außer Steve und Alex. Gut. Stages haben wir, ähm, die... Von letztem Mal genau die gleichen Stages. Schlachtfeld, letzte Station, Yoshi's Story, Lydal Patrol, Pokémon Stadium 2, Smashstadt, Carlos Pokémon Liga und Stadt und Großstadt. Das sind die acht Stages. Wenn ihr euch die nicht merken könnt, fragt ihr entweder live im Chat bei mir nach nochmal. Kann ich die einblenden. Nicht während eines Kampfes, sondern zwischen den Kämpfen, klar. Und ich kann, ähm, euch natürlich auch immer sagen, welche Stages verfügbar sind, wenn ihr mich fragt. Das soll auch nicht das Problem sein. Also einblenden muss ich es ja vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann sie dann wenigstens auch mal kurz ansagen. Ähm, oder ihr fragt, ob eine bestimmte Stage erlaubt ist und dann kann ich sagen, nein, die ist nicht erlaubt oder so. Gut. Also ihr könnt auch nachfragen. Aber ihr könnt auch ein Screenshot jetzt machen. Dann, ähm, habt ihr es auch, wenn ich gerade nicht verfügbar bin und könnt da immer drauf gucken. Das sind auf jeden Fall die acht Stages. Es sind keine anderen erlaubt. Auch keine Omega-Version oder Final-Disk. Ach Quatsch. Ähm, Omega-Version oder Battlefield-Version anderer Stages sind auch nicht erlaubt. Das liegt daran, dass einige Stages, ähm, andere Kamerawinkel haben oder zweidimensional sind. Und das vielleicht doch etwas, ähm, störend sein kann für den einen oder anderen Spieler. Ich möchte wirklich, dass die, ähm, Situation überschaubar ist für jeden Spieler und das auch verständlich ist alles. Also es sind wirklich keine Omega-Version und keine Battlefield-Version von irgendwelchen komischen Stages erlaubt. Und es sind nur die acht Stages erlaubt, die dort zu sehen sind. Jeweils mit Hazards off. Ich glaube im Deutschen heißt das Stage-Kniffer aus. Ich hoffe ich zumindest. Wenn ich mich irre, dann ist das halt so. Gut. Die Stage-Auswahl. Wie machen wir die Stage-Auswahl? Ganz einfach. Wir machen Matches best of three. Beziehungsweise in den drei Finalrunden im Winners-Final, Losers-Final und im Grand-Final machen wir Best of Five. Das heißt, folgendermaßen machen wir das Ganze. Der erste Kampf des Best of Three, beziehungsweise Best of Five, wird zufallsbasiert sein. Jeder von beiden Spielern sucht sich eine dieser acht Stages aus, die er spielen möchte. Spieler 1 wählt zum Beispiel Schlachtfeld und Spieler 2 wählt letzte Station als Beispiel und dann wählt das Spiel per Zufallsgenerator einfach aus, welche von den beiden Stages gespielt wird. Die zweite Stage wird dann vom Verlierer gewählt, also vom Verlierer des ersten Matches wird die zweite Stage gewählt und die dritte wird dann vom Verlierer des zweiten Matches gewählt. Und die vierte vom Verlierer des dritten Matches und so weiter und so fort. Ihr habt, denke ich mal, verstanden. Und das Ganze könnt ihr dann live im Chat absprechen, bei mir auf YouTube oder bei Malkuls im Twitch-Chat. Könnt ihr das dann absprechen untereinander, so dass das auch dann dementsprechend entweder ich oder Malkuls sehen. So dass es auch für uns ganz, ganz klar zu erkennen ist, welche Stage gespielt werden soll. Der Verlierer wählt aus, schreibt die Stage rein, der Gewinner bestätigt, der Streamer, der jeweilige, liest das nochmal laut vor, damit dass jeder weiß, welche Stage gespielt werden soll. Und dann wählen beide Spieler dieselbe Stage und können starten. Okay, das sollte soweit klar sein. Gut, und wenn nicht, fragt einfach in den Kommentaren, auch kein Problem. Das sind auf jeden Fall die Stages, die erlaubt sind. Wir spielen das Ganze ohne Items und ohne Smash-Bälle oder Ultra-Smash-Bälle. Ich habe keine Ahnung, Smash-Bälle, glaube ich nur. Und ohne Ultra-Leiste. Da heißt es, glaube ich, wirklich Ultra-Leiste. Ich habe keine Ahnung. Also ohne Ultra-Smashes. Wir spielen es ohne Ultra-Smashes, weil die nicht ganz hundertprozentig ausbalanciert sind. Und der Ultra-Smashes von Peach ist wesentlich stärker als der von, keine Ahnung, Pikachu beispielsweise. Sage ich es einfach mal so, habe ich es so behauptet. Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber der von Peach ist wirklich stark, der Ultra-Smashes. Und der von Zelda genauso. Die sind zwar ein bisschen ausbalanciert, die sind nicht mehr ganz so unterschiedlich, wie es vielleicht mal war. Aber dennoch sind sie noch nicht gebalanced und wir nehmen die nicht mit rein. Und Items sowieso nicht, weil das ist absolut random. Das ist ja wie Auswürfeln. Das machen wir auf gar keinen Fall. Nicht in einem ernsten Turnier. Ihr könnt das gerne in Just-for-Fun-Matches gegen mich mal machen. Wenn ich mal wieder Smash streame. Und außerhalb eines Turniers natürlich. Dann können wir das gerne machen. Dann schlagt das vor. Sagt hier, ich würde gerne mal eine Runde mit Items gegen dich spielen, Don. Dann machen wir das. Das ist kein Thema. Aber nicht in einem Turnier. In einem Turnier machen wir das nicht. Aber sonst habe ich damit kein Problem. Ich habe kein Problem damit, mit Items zu spielen und auch nicht mit Ultra-Smashes. Einfach so just for fun, kein Ding. Aber auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall spielen wir mit Items im Turnier. Und auch nicht mit Ultra-Smashes im Turnier. Auf keinen Fall im Turnier. Okay. Sollte soweit klar sein. Wir spielen das Ganze Double Elimination. Das heißt, das Ganze sieht bei 8 Spielern so aus. Beim letzten Mal sah das so aus. Es sind 8 Spieler, die in der ersten Runde spielen. Spieler 1 gegen Spieler 2. Spieler 3 gegen Spieler 4. Spieler 5 gegen Spieler 6. Spieler 7 gegen Spieler 8. Das wird zufällig ausgelost, wer an welchem Platz ist. Okay. Falls sich mehr als 8 Spieler und weniger als 16 Spieler anmelden, werde ich die 8 Spieler, die teilnehmen, auslosen. Und gegebenenfalls werde ich selber nicht mitspielen. Ich werde vielleicht sogar persönlich zurücktreten. Wenn ihr zum Beispiel sich 9 Spieler anmelden, werde ich vielleicht auch einfach sagen, nein, ich spiele nicht mit. Dann können alle 8 Zuschauer mitspielen. Und dann fände ich das vielleicht ein bisschen angenehmer. Und ich würde dann einfach darauf verzichten. Ist zwar traurig für mich dann irgendwo nur zugucken zu können. Aber dann kann ich mich auch komplett aufs Moderieren konzentrieren. Und das ist vielleicht dann auch angenehmer für euch. Falls sich aber genau 8 Leute anmelden, würde ich dann dementsprechend natürlich teilnehmen. Also mit mir zusammen 8 Leute sich anmelden. Dann würde ich auch teilnehmen. Oder es sind 16 Leute. Dann würde ich ein 16er Turnier machen. Und dann würde der Turnierbaum natürlich dann noch erweitert auf 16 Spieler. Und wenn es dann 17 sind, die sich anmelden, würde ich wahrscheinlich wieder, wie gesagt, nicht teilnehmen. Aber das werden wir dann sehen. Wie viele sich überhaupt anmelden. Gut, wenn sich jetzt zum Beispiel nur 15 Spieler anmelden, mich eingeschlossen, würde ich dann einfach einen freien Slot machen. Dann hat halt einer oder zwei, haben dann halt einfach einen Kampf gegen niemand. Ist auch gut. Kommen sie sofort weiter. Der ist umso besser für die Leute, die dann direkt weiterkommen. Umso besser. Gut. Soweit wäre das dann auch erklärt. Double Elimination. Was heißt das Ganze? Double Elimination bedeutet, Spieler 1 spielt jetzt beispielsweise gegen Spieler 2. Wenn Spieler 1 gewinnt, kommt er weiter ins Gewinnerhalbfinale. Halbfinale bei 8 Spielern oder halt eine Runde weiter. Aber wenn man verliert, dann ist man nicht sofort draußen, sondern kommt unten in die erste Verliererrunde und kann sich wieder hochkämpfen ins Verliererfinale und von dort aus ins große Finale. Ich denke mal, das ist gut zu sehen auf der Tabelle. Wenn nicht, guckt ihr euch das an, macht kurz Pause, lest euch das Ganze durch. Ist eigentlich ziemlich gut zu verstehen. Habe ich beim letzten Mal ein bisschen genauer erklärt. Ich denke mal, wenn nicht, guckt ihr euch das letzte Regelvideo einfach nochmal an. In dem Punkt hat sich eigentlich nichts geändert. Wie gesagt, bei 16 Spielern würde ich dann die Tabelle erweitern. Auf 16 Spieler, mehr würde ich da jetzt nicht hinzukommen. So, kommen wir zu den Preisen. Es wird nämlich auch Preise geben. Und da mache ich für den Erstplatzierten einen 15 Euro eShop-Gutschein. Und für den Zweiplatzierten auch einen 15 Euro eShop-Gutschein. Warum bekommt der Erste und Zweite jeweils den gleichen Preis? Das habe ich so entschieden, weil ich habe beim letzten Mal gesehen, wie Malkuls gegen Smashfire gespielt hat. Und die beiden waren so gleich stark. Und es hat einfach so Spaß gemacht zuzusehen, dass ich das einfach traurig fand, Malkuls nichts geben zu können. Tatsächlich, weil er Zweiter wurde. Da hatte sich dann damals Muchen persönlich dazu entschlossen, dem Malkuls auch noch was zu geben. Und das fand ich sehr, 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 sehr großzügig. Aber auf so eine Großzügigkeit kann man natürlich nicht immer setzen. Und vor allem auch, man kann nicht immer damit rechnen, dass sich jemand freiwillig meldet und dem Zweiten dann auch was gibt. Und so möchte ich beiden jeweils 15 Euro eShop-Guthaben geben. Okay. Erste Platzierte und Zweiplatzierte. Und, weil es sind ja auch dann vielleicht 16 Spieler und nicht 8 Spieler, dann sind es auch mehr Spieler. Dann ist es umso besser, wenn der Erste und Zweite was bekommt. Weil dann haben wir ja auch mehr Spieler und dementsprechend auch mehr Preise. Gut. Sollte soweit klar sein. Aber es sollte nicht der Preis im Mittelpunkt stehen, sondern der Spaß. Und ich hoffe, dass ihr dann auch schön viel Spaß habt beim Spielen. Ich werde es auf jeden Fall haben, sofern ich mitspiele, hatte ich ja erklärt. Und ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist eigentlich alles ziemlich gut erklärt in dem Video. Meldet euch an, Videobeschreibung sei schon, in den Videokommentaren. Einfach reinschreiben, ich möchte mitmachen. Ich schreibe mir alle Namen auf die Liste. Und am Ende lose ich dann entweder aus, wer beim Turnier teilnehmen darf und wer nicht. Oder ich lose halt einfach nur die Reihenfolge aus, wer gegen wen spielt, reicht ja auch vollkommen aus. Das werde ich dann auf jeden Fall bekannt geben. Im Vorfeld, wer gegen wen spielt. Und ich werde, also vielleicht einen Tag vorher, und ich werde auch bekannt geben, dementsprechend, wer überhaupt teilnimmt. Also ich würde dann quasi am Samstag, am Samstag, den 17. Würde ich dann ein kurzes Video hochladen, indem ich einfach bekannt gebe, wer überhaupt teilnimmt. Das würde ich dann auch um 15 Uhr machen, also 24 Stunden vorher. Und dann können sich alle nochmal vorbereiten, einen Tag lang. Und das wäre vielleicht optimal. Gut. Ich denke mal, das ist soweit geklärt alles. Ihr solltet auf jeden Fall euch dann den Sonntag komplett freinehmen, den 18. Oktober. Weil es könnte sehr, 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 sehr lang werden. Je nachdem, wie die Spiele laufen. Aber manche Leute spielen vielleicht ein bisschen campy und ein bisschen lange. Und die anderen spielen natürlich ein bisschen flotter, das ist klar. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist auch vollkommen eine valide Taktik, auch ein bisschen campy zu spielen. Aber ich würde nur darauf hinaus, dass es vielleicht ein bisschen länger werden könnte. Oder vielleicht werden die Matches auch vielleicht ein bisschen knapp. Gerade bei den Best of Five Matches. Dass dann wirklich alle fünf Matches gespielt werden müssen. Und dann kann sich das wirklich ganz schön ziehen am Ende. Und ich möchte, dass ihr euch da wirklich auch die Zeit nehmt. Und dementsprechend nicht irgendwann sagt, oh, hm, ich habe noch einen anderen Termin. Dann wäre das ein bisschen ungünstig. Also nehmt euch wirklich den Tag frei. Gut, das wäre, wie gesagt, eigentlich so ziemlich alles. Ihr könnt alle Charakter nehmen. Die acht Stages, die ich gesagt hatte, könnt ihr nehmen. Und ihr könnt euch anmelden. Entweder in den Kommentaren oder bei mir persönlich. Ich hoffe, es melden sich ein paar Leute an. Das wäre cool, Leute. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich hoffe, dass sich ein paar Leute finden, die mit mir mitspielen wollen. Tschüssli! Tschüss.